Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Stappenbach. So, weiter geht's. Wir brauchen den Stuhl. Komm hier mit her. Wer sich betrascht. Willst oder nicht. So. 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 Ja. Ja. Wird gut oder so weiter hoch? Gehen. Noch ein bisschen. Welche, genau? Ein Icon? Frag ich was? Genau. Oh ja, wohl noch dumm und so was dergleichen drauf. auf hau zu mich bei frischen, verkaufen und lieber weiter hier sind wraps hier und des 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 Einen Moment. So, jetzt geht es wieder. Und dann habe ich in der Budesee trockene Luft oder irgendwas. Ich habe dauernd einen Katzen aus. Das ist nicht mehr feierlich. Und wenn wir doch irgendwo in Erkältungserreger eingefangen. Oder das andere ist nicht die grüne Leiden. Maximaler Anzeichen von der leichten Grippe. Aber das würde Schieber und sowas haben. Und das habe ich nicht. Ich habe nur Balleritis. Ich weiß, ich glaube, was ich zu lieber habe. Wie kann das alles passen? Wie kann das alles passen? Katzen. Bei jedem Mal. Duftseln, Schlucken, Kasseltaschen. Katzen. Über die Zeit kann man ja dagegen ankämpfen. Aber irgendwann... Katzen dann so stark, dass man dann rum... Buss. Bin ich ganz ehrlich. Ich finde es nicht. Es geht in ein Kempel. Hat man als Schabbis mal zum Kopf. Aber... Oftmals nicht. Und noch die Frage im Baum. Was macht... Was für Tier Kohlmolze. Hase oder Kühe. Weil das bin ich ähnlich. Sie haben. Ein Pferde... Habe ich mal auf der Felsbrunnen gemacht. Da war es mal eine Zeit lang. Ganzlich toll. Und... Aber jetzt mittlerweile... Pferde... Ganz ganz so wie es ist. Es war toll. Es war neu. Und... Es hat es mal gemacht. Genauso wie ich... Versucht habe. Ich muss ehrlich sagen. Ich bin schon teilweise sehr skeptisch rangegangen. Weil das... Das sieht man. Der greift... sehr stark wie die Spielabläufe ein. Und dazu bin ich eigentlich nicht so der Freund. Ich habe gesagt. Wir probieren es nicht. Ich habe es auf zwei Verschiedene probiert. Einmal auf der... Reichtung. Ich glaube. Vorhin fast eine kleine Korte vom RGF. So... Sie war... Vielleicht war sie zu klein. Oder mir fehlte die Erfahrung. Zu den Land gefangen. Alles fertig gemacht. Meine Felder piept. Irgendwann hatte ich aber auch sämtlich mit denen abgearbeitet. Und dann brach... Die lange Weile aus. Was denn? Dann... Mach hast du mit ins Plänen laufen. Und wirst du was du machen sollst. Visionen... Sind wir da. Feldarbeit... Die wird drei Folgen erledigt. Nächste Feldarbeit... Kannst du machen. Weil... Orden muss bis die nächste... Erreicht ist. Weil sie Wachstum... Oder... Oder... Was... Er ist jetzt sage ich mal Nisse. Wie ich es hier... Hand habe. Warte... Und mal... Angesät. Direkt sagt. Mit... Trinkenfunktion. Wird angesät. Aber... Moment... Wenn ich jetzt mit dem Pflanzenschutz drüber... Dann... Dann nochmal... Dünken. Ja... Tiefen... 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 Wirst du... Direkt sagt... Mit... Dingerfunktion ansehen. Wenn Unkraut kommt... Kannst du, was leid... Bekämpfen, das Unkraut... Aber... Kannst du dich dann wieder drüben... Tiefen, du musst... Achstumstube erwarten... Mit dem Spiel... Prinzip... Kann mich nicht so richtig klar... Aber... Kann mich nicht klar... Schauen wir uns mal so, wie es ist. Ich brauche es mit einer Katze. So, dann war eine relativ kleine Korte. Die hatten vielleicht kleine Felder. Das hat man so teilweise mit Klapp gebracht. Aber vielleicht so 20-25. Das war eine einfache Korte. Das war eine einfache Korte. Die Hälfte. Die dritte ist die Hälfte. Die dritte ist das so ein Korte. War das so ein Kort. War eine sehr schöne Korte. Kann man sagen, was man mit hat. Aber ich finde, gemein empfinden war sie für mich jedenfalls nicht geeignet. Das hab ich hier nebenbei so geguckt. hier genauer Live2-Brillet wird es vielleicht einigen von euch schon was sagen wir haben noch von den Burning Gamers Ansgar von nur ein Typ und können die aka Sachs Nils Play wir haben da so LS Rollplay begangen das ist auch sehr schön gerade der Birkenfeld die wurde dann wirklich auf komplette Einfachgröße ausgebaut da probierst du es dort noch mal beziehungsweise wenn es dort zu Union kommt desto mehr Feldriebe bedienen kann dadurch mehr Lund-Auswahl das habe ich vielleicht eine ganze Weile gemacht auf der Season-Skip-Tock aber irgendwann war da auch die Luft raus wo ich dann für mich entschieden habe die Season-Skip-Spiel weiter und wenn wir mit Season-Skip spielen mögen soll es machen soll es tun soll damit wirklich sein für mich ist jedenfalls dass ich heute nichts daher wird es bei mir auch kein Let's Play mehr mit Season-Skip geben ich sage es ganz offen und ehrlich ich bin wohl eigentlich nötig für Season-Skip-Tock vielleicht fehlt mir die Winde im Horn vielleicht fehlt mir die Winde im Horn vielleicht muss ich den Mod begreifen anders sagen es ist nicht so es ist nicht so es ist nicht so es ist eine Herausforderung es ist eine Herausforderung aber die Herausforderung habe ich leider kapituliert hätten einfach nicht gegeben das liegt so an meiner Sicht wie ich den Tag leg also zack 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 erstmal die Felder komplett fertig dann sind die erste Düngung dann sind die zweite Düngung jetzt kümmern wir uns um etwas anderes jetzt kümmern wir uns um etwas anderes damit wir beide ordentliche vergeben heute hund bis die diese Spielweise nicht bereit wird oder Wohlheitstier bin oder jetzt wollte man das feld ja rüber ins kauffeld das war die 81 was zum investieren brauche ich auch und ich weiß jetzt ob das rückwärtsgang eingehängt das feld da rüber das feld da rüber ins kauffeld da gehört ihr es nicht auch wenn ich vielleicht quatsche und wenn ich die BUSH halte ist schräg micro nehme ich nicht raus das feld da rüber ins kauffeld 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 und dass die BUSH halte so das feld da rüber ins kauffeld aber könnt mir ja gerne mal die kommentare schreiben auf was ich gehen soll, schafe oder kühe. wer ist der, was ihr sagt, was da mit mais plus und so habe ich überhaupt keine erfahrung in der sache muss ich ganz ehrlich sagen, das ist viel zu oft zwei karten mit mais plus, aber tiere im mais plus wäre dann eigentlich von mir gehabt da bin ich auch für jeden hilfe dankbar das wird am hals muss noch ein bisschen aushalten müssen wir noch, so, drei minuti noch die Treppen nur stehen die Kulle ist mehr da ich mir in der schule eingesammelt ist, werde ich mir dann einen flugmietchen haben wir gucken und das ist der das ist der ich habe schon mal gucken da muss man auch so was ich habe es auf Jorgenzirr glaube ich auf der Hasefeld ich darf mal gucken, weil ich das wenn ich nicht da hatte Nimm der Fall an dem Wörter, dass er eine Schuhe in den Körper mit reingetragen hat. Da kann er nur ein xml eintragen auch so erstmal machen. Aber es ist relativ. Gute Liebe. Das ist bei Masih. Der Baum. Masih und 2 Baum. Der Baum. Aber hier kann ich mir die Beine. Der Baum. Der Baum. Das zeigt den Baum. Gute Idee, aber ich komme jetzt erstmal zum Ende für die Folge, wenn es euch gefallen hat, lasst keine Däumchen da, dann raus, aufschaut, sagt euer Jaso.